Ich finde das wirklich toll und sehr hilfreich für mich und für alle Pianisten. Ich bin sehr positiv überrascht von Selviano AP 750. Tasten sind auf jeden Fall sehr hohe Qualität. Man kann sehr schön Legato, Staccato, Non-Legato, alles kann man ohne Probleme spielen. Ich denke, dass man ein Pechstein zu haben ist eine große Möglichkeit. Auch die Möglichkeit, dass man auf unterschiedliche Geräte von Pianos spielen kann, ist natürlich sogar besser. Man kann wählen, was man zu spielen heute mit dem Stück besser ist. Das ist ein Luxury, das man nicht mit Acoustic Pianos hat. Es hat drei Funktionen wie die Berlin-Grande, die Hamburg-Grande und die Viena-Grande, die ich sehr interessant fand, weil es sofort die Idee der Geräte der Geräte, die man in der Hand hat, wenn man einen digitalen Pianos spielt. Mit dem Pedal von Selviano hat man sehr feine Kontrolle. Man kann sehr schön die Phrasen und Linien verbinden, wie beim Konzertflügel. Es fühlt sich fast wie bei einem Grand Piano an. Die Feedback von den Pedal ist etwas, was ich noch nie erlebt habe mit digitalen Pianos. Ich war extremst beeindruckt von Selviano AP 750. Ich hatte das Gefühl, von dem ersten Moment, das ich angefangen habe, dass nicht nur die Mechanicale, also die Chies und die Attacken, sind ähnlich wie bei einem Grand Piano, sondern auch die Sound, die zurückgekehrt, so die Hearing, war sehr ähnlich wie bei einem Grand Piano. Wenn man diese beiden kombiniert, die Soundqualität und die Resonanz sind sehr ähnlich, wie bei einem Grand Piano an. Selviano AP 750 ist eine sehr hohe Qualität, von der Touch, die Soundexperienste, von allen Perspektiven. Es ist sehr wichtig für uns Pianisten, die wollen wir professionelle Pianisten, zu haben solche Instruments, die sind mit Grand Pianos, und es ist auch sehr wichtig für die Leute, die wollen lernen Musik und lernen, wie die Piano spielen, zu haben solche Instruments, zu pick und zu starten. Am. 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 Am.